In letzter Zeit wird uns häufiger die Frage gestellt, ob man den Player der Dia-Show und natürlich auch den von Stages mit einem Präsenter, also eine Art Fernbedienung, steuern kann. Die kurze Antwort, ja. Mit einem Präsenter lässt sich Ihre Show sogar sehr gut und vor allem praktisch steuern. Stellen Sie sich einmal vor, Sie stehen vor Ihrem Publikum und müssen erst zum Rechner gehen oder direkt vor diesem sitzen, um in die Steuerung Ihrer Show einzugreifen. Das nimmt Ihnen die Gelegenheit, die Show ganz stilvoll auf Knopfdruck zu starten oder mittendrin auch einmal gestikulierend zu erklären, während die Show kurz pausiert. Gerade bei größeren Vorträgen oder längeren Shows braucht man manchmal doch mehr Zeit für zusätzliche Erläuterungen. Es kann auch vorkommen, dass mittendrin jemand mehr zu einem Bild wissen möchte. In so einer Situation ist es äußerst praktisch, wenn man die Show anhalten kann. Die Show steuern Sie immer dann mit einem Präsenter, wenn Sie die Show nicht als Video, sondern als PC-Show ausgeben, bzw. wenn Ihr Projekt direkt vom Rechner startet. Auch wenn auf dem Rechner, an dem die Show wiedergegeben werden soll, die Software gar nicht installiert ist, geht das. Sie können den Dia-Show-Player einfach mit exportieren. Bevor Sie Ihr Projekt aber als PC-Show exportieren, legen Sie unter Einstellungen Standard-Player fest, wie sich der Player verhalten soll. Es ist natürlich eindrucksvoll, wenn das Publikum zunächst einen schwarzen Bildschirm sieht und die Show tatsächlich auf Knopfdruck startet. Das können Sie auch an Dia-Show und in Stages einstellen. Gehen Sie dazu auf Einstellungen. Dort gibt es den Punkt Standard-Player. Hier blenden Sie zunächst einmal die Navigationsleiste aus und setzen die Option auf Nie anzeigen. Dann setzen Sie ein Häkchen bei Pausiert starten. Wenn Ihr Projekt vollständig ist und Sie alles passend eingestellt haben, können Sie es exportieren. Dazu gehen Sie zu Assistenten, Projekt archivieren und wählen die erste Option. Legen Sie einen Speicherort fest und exportieren Sie den Player und zur Sicherheit auch die Schriftarten. Die Show startet dann über die Datei start.exe, die sich im Zielort dann befindet. Wir werden oft gefragt, welchen Präsenter wir empfehlen können. Darauf kann und möchte ich an dieser Stelle keine allgemeingültige Antwort geben. Nur eine ganz wichtige Grundfunktion sollte Ihr Präsenter doch erfüllen. Er sollte PowerPoint bedienen können. Da PowerPoint ein sehr weit verbreitetes Präsentationsprogramm ist, beherrschen die meisten Präsenter dessen Tastenkürzel. In Dia-Show und Stages können Sie den Player auch mit der Maus steuern. Am besten wäre in dem Fall eine kabellose Maus. Stellen Sie dies unter Eigenschaften Standardplayer ein. Auch mit dem iPhone kann man den Ablauf steuern. Dafür haben wir eine kostenlose App zur Verfügung gestellt. Einige unserer Kunden verwenden den R400 von Logitech. Dieses Modell haben wir auch hier bei Aquasoft. Er liegt gut in der Hand, man findet die Tasten auch blind und die Verbindung mit dem Rechner klappt erfahrungsgemäß problemlos. Im Präsenter befindet sich ein USB-Stick, den man herausnimmt und an den Rechner anschließt. Man wartet einen kurzen Augenblick und kann dann den Dia-Show-Player mit dem Präsenter steuern. Dieser Präsenter kennt die Tasten von PowerPoint. Mit der Pfeil-Nach-Rechts-Taste schalten Sie, unabhängig von den Zeiteinstellungen der Objekte, weiter. Mit der Taste ganz unten rechts pausieren Sie Ihre Show bzw. starten diese wieder. Also nochmal alles zusammengefasst. Wichtig zu wissen ist, mit einem Präsenter redet es sich freier. Wer noch nach dem passenden Gerät sucht, sollte darauf achten, dass der Präsenter mindestens drei Tasten hat. Besonders gut ist es, wenn der Präsenter mit PowerPoint kompatibel ist, weil der Dia-Show-Player darauf reagieren kann. Wenn Sie die Show selbst steuern möchten, müssen Sie das Projekt als PC-Show ausgeben. Das Projekt als PC-Show-Player